Hör wie sie tickt, die Uhr der Ewigkeit und niemand weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Darum nutze jeden Tag und jeden Augenblick. Genieße sie, die Zeit, die dir noch bleibt. Schau nicht im Zorn zurück. Denn die Zeit vergeht wie im Flug, vielleicht bleibt uns nicht genug, um noch alles zu erreichen, was man will. Wir sind ein Teil, winzig klein in der Ewigkeit, doch stark genug, um durch diese Welt zu gehen. Nicht jeder Traum wird in Erfüllung gehen, doch es wär schön, wenn sich alle Menschen verstehen. Das Schicksal. Es spielt mit uns sein eigenes.